Ja, moin YouTube-Fangemeinde, Facebook-Fans und so weiter, Maximilien und ich grüßen euch zum wünschen euch einen schönen Sonntag. Ja, es gibt Neuigkeiten in Sachen TV Total, ne? Ja. Gibt's Neuigkeiten? Ja, stimmt. Er guckt mich so an, ich wirst dann loslachen. Das ist, der guckt so süß, ne? Ja, guck so süß. Du bist auch dafür, dass ich TV Total mache, oder? Ja, er sagt auf jeden Fall Kopf hoch. Sören, du schaffst das. Kopf hoch, Papa. Genau. Und zwar treffe ich wahrscheinlich Stefan Raab irgendwann mal. Auf jeden Fall treffe ich Verwandte von ihm und ähm, äh, hab auch, wie gesagt, Kontakt jetzt zu ganz direkten Bekannten zu ihm und, ja, grüß dich auch herzlich, lieber Stefan. Ähm, wir werden uns dann hoffentlich mal persönlich kennenlernen und, ähm, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn alle Stricke reißen, nicht TV Total übernehmen, auf jeden Fall werden wir uns kennenlernen und ich freue mich drauf, du bist ein toller Mensch. Ähm, ich persönlich verstehe nicht, warum du abtrittst. Okay, nach 16 Jahren. Deine Bekannte hat mir gesagt, aus, äh, Köln, ähm, dass du einfach keinen Bock mehr hast. Das waren so jetzt die Informationen, die ich bekommen habe, äh, über die Bekannte und die hat nachts extra ihre Mutter geweckt und die Mutter kennt die Eltern persönlich und, äh, sieht sie auch noch und herzlichen Dank erstmal dafür. Ja, das sind die Neuigkeiten. Ich bin also ganz direkt, ähm, Bilde. Äh, wenn jetzt Medien, äh, ähm, ein Interview haben möchten, können sie gerne machen. Es ist aber noch nicht ganz spruchreif, aber ich werde wohl einen Abstecher machen, weil ich bin sowieso jetzt Mitte Juli in Richtung Frankfurt. Da mache ich Urlaub in der Nähe und, äh, danach, äh, mache ich einen Abstecher nach Köln und, äh, danach, äh, mache ich einen Abstecher nach Köln und dann vielleicht treffen sich Stefan und ich und Maximian und Kati und Co. So, placki. Also bis dahin. Tschau.